Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Car Duplication Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version braucht ihr keine persönlichen Kennzeichen. Das heißt, alle Kopien, die ihr erstellt, werden alle saubere Kopien. Was braucht ihr denn sonst noch für den Glitch? Ihr braucht auf jeden Fall einen Bunker. In dem Bunker braucht ihr eine MOC, in der MOC ein Lager für persönliches Fahrzeug. Im Bunker braucht ihr noch im besten Fall dann noch die Bunker Caddies, weil es sein kann, dass der Easy unsichtbar dort ist. Und das werde ich auf jeden Fall euch dann gleich noch erklären. Und ja, ebenso braucht ihr noch ein Motorrad Clubhouse. Im Motorrad Clubhouse braucht ihr dann entweder ein Motorrad, was ihr halt nicht mehr benötigt, oder halt im besten Fall dann einen Faggio-Roller. Und dann braucht ihr ebenso noch einen Winnie Easy, komplett aufgetunt, den ihr dann duplizieren wollt. In welcher Graze sich der Easy befindet, ist auch völlig egal. Ja, ebenso braucht ihr noch in der MOC einen Faggio-Roller. Und ja, wenn ihr dann noch soweit alles habt, dann können wir dann auch direkt losstarten. Fordert euch einfach euren Winnie Easy an, den ihr duplizieren wollt. Und begibt euch mit diesen zum Bunker. So, ihr seid dann mit dem Easy im Bunker angekommen. Parkt ihr das Auto ungefähr so, wie ich es jetzt hier parke. Wir parken das Auto so weit vorne, weil es sein kann, dass das Auto nachher unsichtbar spawnt. Und dann braucht ihr einfach nur auf den Bunker Caddy draufsteigen, ein, zwei Meter nach vorne fahren und schon wird der Easy dann sichtbar werden. Und ja, wenn ihr den Easy dann geparkt habt, geht ihr wieder aus dem Bunker raus. Wichtig ist, ihr dürft jetzt kein persönliches Fahrzeug euch anfordern. Holt euch einfach einen CEO-Buzzard oder den Sparrow oder schnappt euch einfach irgendeine MPC-Karre. Nur, wie gesagt, kein persönliches Fahrzeug. Und begibt euch einfach zu eurem Motorrad-Clubhaus. Dort beim Motorrad-Clubhaus angekommen, steigen wir auf das Motorrad auf, was wir nicht mehr brauchen. Wir drücken Steukelholz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Denn ihr braucht auf jeden Fall noch eine Werkstatt im Motorrad-Clubhaus, das ist wirklich ganz wichtig. Dann einfach nur irgendwas an dem Fahrzeug ändern. Was ihr da ändert, ist ganz egal. Irgendwas günstiges ändern. Dann können wir die Werkstatt auch wieder verlassen. Von der Fahrtürrolle absteigen. Ihr seht unten rechts die goldene Ladeschnecke, ist auf jeden Fall perfekt. Und das Motorrad-Clubhaus wieder verlassen. Und begeben uns wieder zum Bunker. So, jetzt sind wir jetzt beim Bunker angekommen. Ihr seht, das Fahrzeug steht immer noch da. Wenn jetzt das Fahrzeug bei euch unsichtbar sein sollte, einfach auf dem Bunker-Caddy aufsteigen. Mit dem Bunker-Caddy ein bisschen nach vorne fahren. Und dann sollte der Easy auch sichtbar werden. Ihr steigt einfach jetzt in den Easy ein. Einfach in die MPC hinten reinfahren. Steukelholz nach rechts. Fahrzeugmelder voll. Meldung einfach annehmen. Und schon habt ihr euch die erste Kopie abgespeichert. So, ich kann jetzt mal schnell euch zeigen, dass es geklappt hat. Ruf einfach mal den Mechaniker an. Gehen in die Arena-Werkstatt. Und ihr seht, da habe ich mein Easy drin. Das war der originale Easy. Und die Kopie habe ich jetzt in der mobilen Kommandozentrale drin. Wenn ich es jetzt persönlich anfordere, solltet ihr jetzt gleich auf der Map sehen, dass da auch jetzt der neue Easy gekommen ist. Wie gesagt, das sind alle saubere Kennzeichen. Und ja, wenn ihr euch jetzt die nächste Kopie dann erstellen wollt, dann wiederholt einfach die gleichen Schritte. Stellt euch dann wieder einen Fadjo-Roller in die MOC rein. Und wiederholt die Schritte erneut. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.